Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es schon wieder einen Stream-Mitschnitt. Das wurde sich sogar tatsächlich im Chat gewünscht. Wir haben heute eine etwas andere Folge vor uns. Erstens spielen wir mit Ashley. Das ist schon mal das erste Wunder. Und zweitens wurde mir im Chat eine Aufgabe gestellt, eine kleine Challenge. Und zwar musste ich die Maus auf die linke Seite nehmen. Also Maus mit links bedienen und die Tastatur mit rechts. Und lasst euch gesagt sein, ich war überfordert. Aber wenn ihr Bock habt, diese besondere Runde zu sehen, bitte behaltet im Hinterkopf. Ich spiele nicht richtig. Ja, ich habe vertauschte Rollen an meinen Händen. Dann bleibt dran. Und viel Spaß mit diesem Video. Bis dahin. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Oh, ich bin hier schon sehr, Ashley, ey. Es gibt Menschen, die spielen immer so rum. Rechts die Tastatur und links die Maus. Gruppe. Oh, wir kriegen hier einen. Ah, die Map ist das. Okay. Nach vorne. Hier rum. Gucken. Wer ist ein Micha? Wer ist gerade hinten an der Schreck? Äh, da ist Rennen. Äh, achso, ich muss noch ein bisschen nach oben gucken. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich komme nicht klar. Mit Maus drehen und laufen. Hilfe! Oh Gott, ich bin, ich bin richtig verwirrt. Ich warte jetzt einfach hier. Bis das Korrupte weg ist. Okay. Äh, Micha stalkt hinten in der Schreck die... die Michaela. Michaela. Hier rennt der Ashley. Ich kann tatsächlich mit meinem linken Finger... mit der kleinen Finger Wurzel... Ah, ich habe übelst die Legs. Warum? Ich habe Mikrolegs. Boah, ich habe diese Scheiße, die die Streamer manchmal haben, dass du dann so ruckeliges, zuckeliges Bild hast. Ja. Das hatte ich gerade. Das weiß ich nicht mal gut. Hey, ich sehe hier mal einfach überall kein Gen... Hä? Ich höre hier einen. Jill ist hier dran. Hallo. Oh, Korrupt ist weg. Ah, ich gehe jetzt hier ran. Ja, Micha kommt mit Michaela. Okay, ich muss jetzt meine Finger von W-A-S-G runternehmen, um die Leertaste drücken zu können. Das heißt, wenn jetzt der Killer kommt, ich komme überhaupt nicht schnell weg. Und das Mauskabel ist zu kurz. Ich kann mich nicht richtig umgucken. Oh Gott, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Oh Gott, da. Ah, äh, laufen. Ah! Du musst laufen. Äh, wo ist Schiff? Da. Hi. Scheiße. Er hat mich voll gestoppt, weil ich nicht mehr wusste, was ich drücken muss. Äh, du... Kamera drehen. So. Da ist der schnell. Das Spiel mit deinem Essen, oder? Vielleicht. Dann jagt er nur kurz die... Jill und lässt sie dann in Ruhe. Ah! Dieses Meer ist doch frei. Ah, Kamera drehen! Ich... Ich... Ich bin das nutzloseste Teammate. Du, ich habe auch noch nichts gemacht. Das ist, was ihr je gesehen habt. So. Warum hat die das jetzt hier hinten weggemacht? Schmicka-ela! Ist einer von euch retten? Nein. Ich kann nicht laufen. Ich werde nicht retten. Oh, der, er läuft gerade durch. Ist gebäudelt. Ist doch nackig. Ich meine, die Gents hier hinten lassen die meisten Killer halt in Ruhe, weil... konzentrieren sich dann auf die in der Mapmiete... Das geht halt bei der Map auch gut. Ja. Oh mein Gott! Ja. 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 Äh, der hat hier einen aus dem Schrank geholt. Äh, ja. Ich muss, äh, laufen lernen. Moment. Ich kann nur mit Maus lenken. Das, äh, wird sonst zu nichts. Ah. Kannst du retten? Ja, ich bin am Haken. Okay. Oh, sie rennt weg. Dann ist der Mischer hier. Äh, da ist Renntaste. Oh mein Gott. Ich hab gar keine Zeit, mich umzugucken. Oder ich weiß nicht, wie das geht. Besser gesagt. Geht. Hilfe. Hilfe. Mit dem, mit dem nochmal. Hallo. Ich hab immer noch ein Totem, was ich wegmachen kann, damit ich innere Kraft kriege. Ein Totem. Oh, da ist der ja. Oh, hi. Moin. War der schon mal auf drei? Ja, ja. Der war jetzt wieder runter. Oh, cool. Krieg gar nichts mit. Oh. Oh, hier ist was. Der kam von da. Oh, ich bliege jetzt. Die denkt bestimmt, ich hab getrunken. So wie ich laufe. Wenn die irgendwas sagen, dann fragen wir, ob sie es so gut finden, dass sie sich überbehindert und durchmüssig machen. Er geht zu den beiden, die am Jams sind. Ah, weg. Warte, 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 warte. Ah. Er geht. Er ist noch am Jen. Er tritt den Jen. Er kommt zurück zum Haken. Er geht am Lagerhaus vorbei. Pass auf. Der geht zu dir. Ah. Die Richtung ist gut. Er ist jetzt an der Scheck wieder vorne. Okay. Easy. Er ist auf drei. In der Jagd entkommen. Er jagt schon wieder die Jill. Ach so. Äh, geht jemand. Nein, es kommt keiner. Warte. Ich bin ein Ashley, mich rettet niemand. Warte, ich hänge fest. Ich muss bloß kurz hier den Weg finden. Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Er tritt nochmal den Jen, jetzt würde er herkommen. Ja. Er ist auf dem Hügel. Er geht aber nicht. Er kommt. Er kommt nicht hier rüber. Ich gehe zum Haken. Okay. Oh. So. Was ist denn er? Ich habe gar keine Orientierung auf der Map. Mir wird schon fast schlecht, weil ich so super coole Runden laufe. Er kommt zum Haken. Ja, ich bin tot. Er ist ja eh noch auf drei. Also von daher. Jetzt nicht mehr. Ich hasse mich ja. Er geht an den, an der Scheck vorbei. In die andere Ecke. An den Jen-Mam da. Hilfe. Er hat deinen Jen getreten. Tasten drücken. Hey, ich bin der Jagd entkommen. Und noch. Nicht ganz. Dann halt doch mal. Jill, halte still. What's your fucking problem? Jill, halte still. Mensch, ich werde gejagt. Das ist viel schlimmer, Jill. Ich habe eine amputierte Hand. Okay. Ich spiele das mit meinem rechten Fuß. Ich habe eine amputierte Hand, die hier nicht richtig alles machen kann, hat noch nicht einmal gehangen und alle anderen zweimal. Ja, weil ich trage... Oh. Ich trage die Verantwortung. Ich bin mit meinem kleinen Finger leider auf die Duckenpaste gekommen. Selbst das Wiggeln mit rechts ist voll seltsam. Ist das so? Ja, wo zwei sind. Geht da hin. Oh, drei. Es sind alle drei. Ich habe nur zwei gesehen am Anfang. Hilfe. Hilfe. Jill, halte still, wenn ich dich heilen will. Ashley kommt. Ashley, aber ich weiß nicht, ob ein Killer kommt. T-Mex ist hier gerade eine behinderte Person. Ist dir das bewusst? Oh, er ist doggt. Er ist doggt. Er ist doggt. Du dich. Ja, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was... Ich kann nicht nachher gucken. Mensch, er hat nicht... Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich stelle mir das gerade vor. Weißt du, Micha, guckt Susi an. Er stalkt. Er stalkt. Pass auf. Oh, er hat mich gestalkt. Ich habe gehockt. Ich habe gehockt. Er konnte mich eigentlich nicht stalken. Oder kann der jetzt durch Dinger durchstalken? Er kann alles, was er will. Ich mag die Runde. Ja, wenn es chaotisch ist, ist es immer lustig. Ist einfach so. Er war gerade kurz hier. Okay, er ist bestimmt gleich runter von drei. Okay, die Michaela ist auch hin. Ich sehe schon, du kommst hier durch die Luke raus. Wo ist er? Er ist bei Jill in der Nähe. Sie ist... Ja, er stalkt Jill vom Hügel aus. Sie ist bei der Scheck. Rennt jetzt von der Scheck aus Richtung Lagerhaus. Okay. Rennt ins Lagerhaus. Er ist hinter ihr. Sie hat blink genutzt. Oh, sie hat Palettentrick gemacht und hat nicht geklappt. Wie, natürlich. Was denken die denn? Alter, wenn der Killer instant hinter dir ist, brauchst du Paletten... Äh, hier Schranktrick nicht zu machen. Hat Palette gezogen. Er tritt Palette. Sie rennt am Lagerhaus rum. Er ist immer noch hinter ihr. Sie rennt immer noch erst... Immer noch hinter ihr. Ah, aufzulaufen. Wenn du nicht weißt, warum dein Charakter plötzlich läuft, aber du einfach die Taste drückst, dass er läuft. Das ist jetzt in der Ecke diagonal von der Scheck. Ja. Leute, ich sag's euch. Ich sehe gleich die Luke und krieg's nicht geschissen, zur Luke zu laufen. Entweder sind sie im Lagerhaus oder an der Scheck, oder? Kann aber... Ja gut, das war's dann wohl. Ich hab's mit mir leid. Mein kleiner Finger, der hält das nicht aus, die ganze Zeit. Echt, Mann? Stell dir mal vor, du bist Killer. Kuckuck. Oh Mann, ich krieg das nicht hin. Der patrouilliert die beiden ausgängig hier. Dann mach doch mal Kuckuck. Der hat dich gesehen. Ich hab ne Krähe. Was? Oh Mann, der ist nicht... Ist das gut? Oh Mann. Ich frag mich jetzt, warum hat der sich denn plötzlich geheilt? Oh Mann, okay. Ich hab leider die Maustaste gezogen. Aber so gut. Ich hab hochgeguckt und so guck, guck. Er läuft da lang so. Er nickt. Er macht auch gut. Er lacht so gut aus. Guck mal, dass wir die klopfen. Sorry. Ihr wisst... Ich war einfach so überfordert, diese ganze Runde. Allein dieser Fakt, dass man auf die Tastatur gucken muss, um zu wissen, welche Taste man drückt. Okay, wartet mal. Ich muss die Maus... Oh, Entschuldigung. Ich bin die ganze Zeit am Mikro... Aus, wieder nach rechts. Ich bin... Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Killer nichts zu meiner außerordentlichen Leistung sagt. Ja, das ist wirklich. Also... Hätte er echt mal machen können. Okay. Okay. Es ist enttäuscht mich.